hier habe ich den größeren fulltank ach Parameter ich habe immer noch die zwei ja ich möchte eigentlich mal escapen und hier 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 Also ich sehe ihn auf Kölben, gut reicht wahrscheinlich nicht Wie es jetzt aussieht Kann noch mehr rein Habe ich weiter die Koppel rein Das ist ok, wir nehmen einen Barometer mit Barometer Nehmen wir zwei Barometer mit So sieht doch was cool aus Also ich benötige mindestens in der Atmosphäre Ich glaube das ist die Atmosphäre und das ist im Weltall mindestens 1,3 mal die Erdanziehung Das heisst ich kann zum Beispiel hier ein bisschen ein Trust Limiter hin suchen Das heisst also nicht mit voller Pulle 1,3, 1,24 glaube ich aber 1,3 das ist wirklich gut zum rauf fliegen und somit verbrauche ich weniger Treibstoff am Anfang Daraus kosten wir 10.000 und könnte diese zwei Goals mit dem könnte funktionieren Ja das ist ok Doch das lassen wir mal so Du gehst jetzt ins Weltall Staging ist gut Also nutzen wir auch mal in der Launch-Site Pressure Keep it Keep it Ich glaube das habe ich auch noch nicht gemacht Keep it Keep it Creepot habe ich schon gemacht Gut Was ich machen kann Ich kann raus gehen Und sage hier take data Take data Und gehe wieder rein Somit kann ich das nochmals nutzen So Vor der Power Und auf geht's So Ich versuche schon ein bisschen mal einen Winkel zu haben hier Also grundsätzlich immer Richtung 90 Grad So dass ich nicht nur Delta wie Perspektiv Geschwindigkeit nach oben aufweist, sondern auch seitwärts aufbaue Vor allem dann bei ca. 10.000 muss ich dann schon ein bisschen mehr aufbauen Und da ein bisschen hoch Sieht nicht schlecht aus im Moment Ich habe aber noch ein bisschen zu wenig Full Ich weiss nicht ob das reicht bis auf 70.000 Boah das wird ganz schwierig Ja Oh das ist schon Man sieht es das ist schon sehr schnell Zu schnell Das war jetzt doch zu schnell Wie hoch komme ich da? Ja Ja Das wird gehen Das wird gehen Also ich bin jetzt bei der oberen Atmosphäre Bekomme ich da noch was für die? Ganz wenig Ich warte noch ein bisschen bis auf 70.000 Ähm 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 Aim-Camer Das wollte ich So 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 Die Atmosphäre bringt mir noch nichts Da bringt mir was So und was bringt mir das doch ja wo neerspace keep it crew report crew report sehr gut das habe ich geschafft das werde ich noch versuchen dann die pläume schon mal habe ich schon das ist nein das nutze ich unter 70.000 wieder das habe ich schon wir kommen ja ich warte mal besser unter 70.000 so, Time Warp 70.000, jetzt sind wir wieder in der Atmosphäre das bringt mir nichts Lock machen wir da auch noch weiß nicht ob es was bringt aber behalten wir so ui da kommen wir doch ziemlich schnell rein jetzt wird auch mal abgebremst das ist so da ok 500 400 lustig wie das hier aussieht 4.000 schaffe ich das auf 210 runter zu kommen vielleicht wenn ich mich da ein bisschen drehe das wird wohl nichts nee ja ich deploy mal da schicke ich noch diese lock temperatur das bringt mir nichts so jo review report kann ich das komplett senden mal schauen not in range ok parachute nicht erfolgreich getestet dafür das andere geschafft geschafft und ein paar mehr geschafft sind also im moment ohne zwischenfälle ist doch super ok wir haben jetzt 62,1 das ist schon sehr gut das nehmen wir und basic rocketry dann haben wir auch da general rocketry so jetzt braucht es praktisch bei überraschung 45 1 ja schon viel mehr ich kaufe gott auch alle parts da kostet auch nicht mehr so viel ja ja das können wir uns leisten so 123.000 vielleicht machen wir später mal ein space plane können wir da die mission control schon überweisen 150.000 kostet das dann könnte ich bis zu sieben projekte haben und so ja das ist das ist relativ teuer das kann ich alles noch nicht upgraden das macht keinen sinn im moment kann ich ja auch nur bis zum maximum 18 10 tonnen wessels erstellen kleinere wessel und dann noch nur 30 parts dürfen die momentan also du hast nun äh misch control bei Mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Orbit Carbon. Das ist unser nächstes Ziel.